Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. Heute aus der Künzelsauer Stadthalle. Da tagt heute das Preisgericht zum Zentralbereich von Geisbach, denn wir wollen eine neue Schule bauen, wir wollen einen neuen Kindergarten bauen, wo auch ein Familienzentrum sein soll. Wir bauen eine neue Mensa und auch ein Jugendzentrum und all das muss zusammengebracht werden. Und deshalb haben wir uns für einen Wettbewerb entschieden. 23 Arbeiten stehen heute zur Auswahl, auch mit Modell. Und wir sagen herzlichen Dank ans Preisgericht, die heute den ganzen Tag tagen, bis heute spät in die Nacht. Und dann hoffentlich auch eine gute Auswahl für uns alle treffen. Wir werden euch auf jeden Fall über die Preisträger informieren und dann könnt ihr selber mal euch die Arbeiten anschauen. Und dann als zweiten Punkt würde ich mich gerne bedanken, nämlich an all diejenigen, die für den Gemeinderat und für die Ortschaftsräte tätig waren. Wir haben sie in dieser Woche am Dienstag in der letzten Gemeinderatssitzung verabschiedet. Wir haben teilweise mit 46 Jahren ehrenamtlichem Engagement für unsere Stadt und für unsere Ortschaften und sagen deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön. Und wenn wir auf die nächste Woche blicken, dann dürfen wir uns auch wieder freuen. Nämlich Sommer in der Stadt ist wieder da oder läuft einfach weiter. Wir sind zu Gast in Emmas Glück und heiß auf Lesen. Da haben wir die Stadtaktion dann am nächsten Freitag auch mit verlängerten Öffnungszeiten unserer Stadtbücherei. Vorbeischauen lohnt sich sowieso immer. Und wir haben ja einen großen Flohmarkt Freitag und Samstag in der Stadt. Nicht nur in den Wertwiesen, sondern auch in der Hauptstraße zu Gast. Da dürfen wir uns aufrollen. Und auch das Kocherfreibad macht zumindest mal mit dem Planschbecken wieder auf. Der Rest erwarten wir noch auf die Freigabe der Wasserwerte. Das sieht aber schon ganz gut aus und hoffentlich kommt ja der Sommer dann auch mal ein bisschen länger, sodass wir dann auch im richtigen Kocherfreibad baden gehen können. So, mit diesen Informationen wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage bis bald.